Haben auch Sie schon vergeblich nach Medikamenten gesucht, die Sie in einer Schachtel gesammelt haben? Oft ist nicht mehr klar, wofür das Medikament eigentlich verschrieben oder gekauft wurde. Ich habe eines Tages ein Medikament gebraucht und nichts gefunden daheim, wie es mir schon so oft gegangen ist. Und irgendwann hat es mir dann gereicht. Und jetzt wollte ich mir ein System zulegen und habe sehr bald erkennen müssen, dass es so etwas nicht zum Kaufen gibt in den österreichischen Apotheken. Und jetzt habe ich es aber gebastelt. Im Sommer waren es ja vier Jahre, dass ich daran gearbeitet habe, dass alles ausgedüftelt war, dass ich alles ausgedüftelt habe. Es ist natürlich sehr viel Neues drinnen. Ich habe praktisch sehr viel selbst erfinden müssen, damit ich das am Markt platzieren kann. Der Endkunde hat auf einem Griff das Richtige mit dem Medikament zur Hand. sieht auf einen Blick, was nicht zu Hause ist. Hat ein Wartungssystem mit Pickerl, das man selber machen kann oder auch der Apotheker übernimmt. Und hat eine Checkliste, wo drauf steht, welcher Medikament in dem Fach war, das vielleicht aus ist. Der Nutzen ist der absolute Überblick über die Medikamente, was man zu Hause hat. Dass auch abgelaufene Sachen rechtzeitig entzürgt werden, dass einfach eine gewartete Box zu Hause ist. Entwickelt wurde das innovative System von einem Oberösterreicher, Peter Furtmüller. Er erhielt mittlerweile zahlreiche Preise und Auszeichnungen für seine Erfindung. Die spezielle Symbol- und Farbführung bei APOX System ermöglicht eine bedienerfreundliche Benutzung im Alltag. Es ist endlich ein Ordnungssystem, ein sinnvolles Ordnungssystem, das nur dazu zu 100% recycelbar ist. Und es ist eine sehr mobile Angelegenheit, die sich auch sehr leicht überprüfen lässt. Und ja, das ist das, was mir besonders gut gefällt. Ich kann es hernehmen und ich kann damit in die Apotheke kommen und kann einfach schon diese Medikamente alle anschauen lassen. Wo ich selber oft nicht mehr weiß, ist das jetzt brauchbar, wofür brauche ich das. Ich habe ein klar gegliedertes Leitsystem drinnen, wo ich gleich weiß, wofür brauche ich was. Und damit ist eigentlich der Sinn schon erfüllt. Dieses Produkt ist in allen österreichischen Apotheken erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.apox.at